Servus Leute, wir spielen heute wieder eine Runde Arena Wars 2. Hauptsächlich, weil ich noch ein paar Screenshots gebraucht habe für mein Review. Jetzt nehme ich eben noch eine Runde auf dem normalen Schwierigkeitsgrad auf. Muss ja alles seinen Sinn haben. Hm, die KI kommt schon. Was willst du? Warte auf Befehle. Warte auf Befehle. Oh, der kürzt am. Wollte jetzt zumindest. Ach, die Artillerie. Die kann nicht schießen, solange sie nicht positioniert wurde. Aufgebaut wurde. Oh, meine armen Buggys. Spider-Manage. Verstanden. Gleich mal aufrüsten, vielleicht hilft's hier noch was. Ne, wohl eher nicht. Bomben auf den Verteidigungsturm. Alles klar. Erwarte Zielkoordinaten. Auftrag wird ausgeführt. Die sammelt für mich. Spider-Manage. 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 Wer wollen wir sie? Spider-Manage. 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 Auf diese Karte kann man, ohne an einem Turm vorbeizumüssen, direkt zur Startrampe. Systeme sind einsatzbereit. Die KI macht das nicht, aber die hat mein Turmoneten bald klein bekommen. Sofort. Ist es wichtig. Alles klar. Erwarte Zielkoordinaten. Oh, aufbauen, aufbauen. Wird sofort erledigt. Dann mal reinhauen. Aufbauen, reinhauen. Die Aufgabe der Artillerie. Und eher schönen Bewegungen bleiben. Alles klar. Du nicht. Du bekommst Geschwindigkeit. Okay. Kein Problem. Da schieß doch drauf, du Depp. Ist es wichtig. Hol das doch, ihr Idioten. Dann losgehen. Jetzt geht das gegen die KI mal sogar ab. Und weg mit ihm. Wunderbar. Verdammt, nein. Zum Glück passt der Raketenturm wenigstens auf. Ah, kein Geld mehr. Was? Macht das Kraftwerk kaputt. Ich bin gespannt. Hoffentlich geht dann der Turm offline von meinem Gegner und dann kann ich direkt in die Basis. Ohne diesen ewig langen Umweg. Was ist das? Was willst du? Es sieht nicht so aus, als ob das Kraftwerk dafür wäre. Aber vielleicht wird der Turm dann schwächer. Was aber sicher ist, ist, dass die Artillerie jetzt auch mal mithilft. Oh, die haben sie ja schon. Oh, die haben sie ja schon. Zu viel Erhaltung. Der Modul wurde verloren. Ja? Jetzt geht sowas. Egal was das ist. Egal was das ist. Ich will es haben. Ah, verdammt. Der Modulträger ist natürlich sehr langsam. Der sollte aber allein durchkommen. Und wir positionieren den Rest der Truppe schon mal hier. Jetzt haben wir die KI nämlich klein bekommen. Ich bin mal gespannt, wie das später noch abgeht. Jetzt hat sie mich kurz mal schwitzen lassen. Allerdings nicht allzu lange. Wobei sie immer wieder reinkommt. Aber doof genug ist, um stehen zu bleiben. Na toll. Schon auf den ihr vollfassen. Ja, du auch, Buggy. Mach mal dein Ding. Die Selbstzerstörung, das sollte hinhauen. Leider nicht so effektiv, wie ich erhofft hatte. Nein, lass mich in Ruhe. In Arbeit. Buggy einsatzbereit. Was? Kein Problem. Was willst du? Ja, der Modulträger des Gegners ist gleich weg. Dann losgehen. Upgrade verfügbar. Verstanden. Alles klar. Wir müssen es nur noch abgeben. Verstanden. Und einsammeln. Das machen die einfach nicht automatisch. Das war meine Freundin. Das bekomme ich nicht mehr rausgeschnitten. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ist es wichtig. Ich bin unterwegs. Hä? Mit dem geh ich hier noch ein bisschen auf Rampage-Modus. Befehl erhalten. Man hat immer den gleichen Wert an Versorgung, also man kann immer den gleichen Gesamtwert an Einheiten produzieren. Wenn jetzt die Einheiten hier unten am Turm sterben, seht ihr meine Versorgung geht wieder nach oben. Und ich kann eine neue erstellen. Man muss wirklich alles selber machen. Ist wahrscheinlich Sinn der Sache. Befehl erhalten. Ist es wichtig? Kann ich helfen? Melde mich zu Diensten. Die Studie wurde verloren. Ist es wichtig? Menschen gewinnen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Wenn du es geschafft hast. Wenn das wiederverkuckt. Wenn du es will.